Kommt zum 10. Minute. Es ist mal eine Lücke aufgegangen und sofort haben sie zugeschlagen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich beide Teams auf sehr hohem Niveau gegenseitig neutralisiert. Überragende Solisten hatten keinen Raum, sich zu enthalten. Und dann geht das Schlupfloch auf für ihn, für Luis Fabiano. Tobinio, Kaká, dann kommen sie nicht hinterher und den hauen dann natürlich eben nationell. Unter die Latte. Luis Fabiano, heute sein 40. Länderspiel, sein 26. Tor, was für eine Quote im Trikot Brasilians. Der anerkennende Applaus und vielleicht größten aller Zeiten von Sinegü, Sinegü. Bis zum nächsten Mal. Einili Kommörtgen, hab ich jetzt ein paar motoren! Rin진ister!